So, jetzt wollen wir zwei Radfatz mitnehmen und auch Grüße an Chaos Lady, weil die hat ja in einem ihrer Videos gesagt, für die zwei Kapseln am Pokestop hat das irgendwie was Besonderes, aber bei mir jeden Tag sind die immer mindestens zwei dieselben Pokémon, deswegen Grüße an dich, also für mich ist das nichts Besonderes, ich hab das fast jeden Tag und boah, sogar das erste Gefangen direkt, äh, ja, verschicke ich mal, kann ich nicht gebrauchen, und dann das nächste, das ist, ah, Schnapszahl, 111, wieder super geworfen, gut, tüten wir dich ein, und dann sehen wir uns gleich wieder, denn ich hab da noch irgendwo hinten noch ein Mirabla gesehen, mal gucken, ob ich das finde, dieses Radfatz wurde jetzt gefangen, mit 111, verschicke ich aber auch, und, ja, Ja, von mir sind auch zwei Quadratmeter in einem Pokestop, also ist keines hinzulaufen, ich suche das Mirabla hier, ok, Mirabla gefunden, 243, großartiger Wurf, ok, komm, bleibt ein Pokéball drin, ok, gefangen, und verschicken, und verschicken, oh, hallo, da ist ein, Goldking, los, das schnapp ich mir jetzt, was hat das für ein Anzahl, uh, 800 Kimibeere, und, super, wir müssen eigentlich reichen, denke ich mal, äh, Superball, komm schon, komm schon, Nein, ich bin daneben geworfen, oh Mann, noch einer, jetzt hat es gehabt gewährt, oh Mann, ärgern mich nicht, jetzt, hast du getroffen, ok, komm schon, komm schon, komm schon, nein, ausgebrochen, Mann, Auto, so, ich lasse mal jetzt, Superball, noch mich rumfahren, meine Güte, ok, Superball, und, nein, oh Mann, und geflüchtet, so ein Dreck, aber auch, nimm das Krabi noch mit, gönne ich mir, 631, oh Mann, hoffentlich hört man das, natürlich im Hintergrund, wie das Geräusche macht, die wird ja gar nicht einfach einpacken, der Typ hier, und, gefangen, Krabi ist gefangen, ok, so, verschicke ich aber, ist aber schwach, ok, das war's, ah, das Ding ziehen wir auch noch mit, ah, ist nur Wunder, ok, ah, ist auch schwach, komm, Pokéball, klasse Wurf, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, gefangen, alles klar, und, ja, schicken, ja, da ist schon ein Evoli, ein Highlight im Moment, fast nie, seltene Pokémon, ohne Event, echt mager, da nimmt man schon mal gerne, ein Evoli mit, und, hier soll auch irgendwo noch ein SEPA sein, das kann ich auch noch mal mitnehmen, für die Bonbons, und, ja, das Evoli verschicke ich aber, wow, 1051 Bonbons, da ist das ja schon, das SEPA, das können wir da mal mitnehmen, oh, 55, äh, 555, Entschuldigung, ah, oh man, das nehmen wir mal mit, ich hoffe es bleibt ein Pokéball drin, und, ja, müssen wir gucken, nein, bleibt nicht drin, oh, flüchtet, okay, schade, 5 Kilometer, ey, was ist drin, was ist drin, komm schon, irgendwas Gutes, und, oh, irgendein Pokémon Hintergrund, irgendwas Gutes, oh, boah, das ist selten, krass, und, boah, 600, 27, okay, noch ein weiter Weg zu, mach Schumai, Blutzuck, ja komm, komm, schlechte Stimmung, schlechtes Wetter, schlechte Pokémon, also nehmen wir Blutzuck mal mit, klasse Wurf, klasse Wurf, okay, nein, ausgebrochen, oh shit, und geflüchtet, okay, oh, ein Ei, 5 Kilometer ein, mal gucken, was da draus schlüpft, okay, ich bin nicht gespannt, was wird es, was Gutes, nein, okay, Mittelgut, Nidoran, männlich, und verschicken wir, oh, ein männliches, Nidoran, 195, Kompon, Pockeweil, klasse, und, ist drin, nö, okay, ach, flüchtet, toll, da ist ein weibliches, Lidoran, komm, machen wir die Sammlung komplett, hat mir ein männliches, also fangen wir zu, hat das weibliche jetzt, oh, abgerutscht, ist zwar schwach, aber egal, von uns kann man immer gebrauchen, von denen, und, ist drin, gut, gefangen, und verschicken, okay, ja, verschicken, oh man, geradeaus gemacht, und dann kommt er wie ein Pantymos, ey, boah, 1258, wie mir wäre, und, ich denke mal, Superball sollte reichen, großartig, komm schon, bleib im Superball drin, boah, okay, guck mal, wie die Antarkness hat, und dann denke ich mal, behalten wir es erstmal, kann man immer gut, zum Pushen von der Renke benötigen, woher geht, woher geht, woher geht,